Hallihallo Leute, nur ein kleines Infovideo für heute bzw. morgen, dem 21. das ist der Montag. Ich werde an diesem Abend streamen für euch und zwar würde ich jetzt auch mal sagen, ich werde so ab 19 Uhr werde ich mal einen Stream starten. Den Link zum Streamen findet ihr bereits in der Videobeschreibung. 19 Uhr geht das ungefähr los, ich hoffe auch, dass es relativ gut losgeht. Das ist das erste Mal seit langem, dass ich wieder streame, auch mit einer anderen Software und mal schauen, ob das funktioniert soweit. Ich bin, also mein bisherigen Test damit sind sehr, sehr zufriedenstellend. Super Qualität, super Bild, super Ton, kann man sich nicht beschweren. Deswegen nur hier einmal gesagt, dass ich heute Abend live spielen werde. Ich weiß nicht, vielleicht so ein, zwei Stunden spielen werde ich vermutlich mal, also definitiv werde ich TF2 spielen. Vielleicht auch noch ein bisschen Ace of Spades und ja, keine Ahnung. Ihr könnt ja gerne in die Kommentare schreiben, was ich noch spielen soll. Am besten natürlich Multiplayer-Spiele, Singleplayer ist natürlich auch möglich. Multiplayer natürlich irgendwo so ein Tickchen immer ein bisschen besser, sage ich jetzt mal. Aber soweit erstmal, wir sehen uns, bis dann. Ciao.